Kann ich die schon mal reinpacken oder was? Eine Pistole brauchen wir auch nicht mitnehmen. Wir müssen ja nicht irgendwie zwei Waffen rumschneuren. Können wir die auch hier safen? Ja, guck mal. So, mal gucken, wo sie einsperren können. Warum ist die nicht raus? Neun Uhr. Wir sind fit wie ein Turnschuh, würde ich sagen. Ja, nicht ganz kalt ist uns nicht. Wir sind echt mal gesund. Ist ja auch selten. Ich würde sagen, gehen wir mal zur Farm. Ja, ich weiß, dass ich einen Kühlschrank brauche. Weil da brauche ich halt erstmal einen Generator. Erstmal muss ich halt zu der anderen Base rüber. Ja, aber das... Ja, ich muss dann halt echt so viel laufen. Und deswegen ist es, es macht ja jetzt keinen Sinn. Ich laufe jetzt da hinten zu der Base. Und laufe dann wieder hierhin zurück, um zu looten. Deswegen nutze ich jetzt erstmal hier die Gegend eben näher. Und dann können wir mal durchziehen hier. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wie weit das ist. Müssen wir gleich mal ran. Ja, komm, das ist jetzt nicht weit. Komm. Schauen wir den nochmal. So, was ist das denn mit dem... Hallo? Ah, okay. Sieht auf jeden Fall schwierig aus. Aber okay. Ist umsonst. Nehmen wir mit. Ich meine, wir können ja mal... Ich weiß ja nicht, was der größte Container ist. Ansonsten bauen wir uns nachher einen großen Container. Ballern da alles rein. Packen unser Inventar voll. Das Inventar von der Muri. Dann sollte das doch schon reichen. Geht das hier vielleicht bei? Locker. Medium Container. Medium Container. Could store some items and properties but not very good. Ah, okay. Also kühlt auch schon ein bisschen. Large Container. Could store many items and properties but... Oder verstehe ich es falsch. Mein Englisch ist nicht... Nicht der Beste. Also ich verstehe, kühlt auch ein bisschen, oder? Ein Zahnrad. Das soll ja wohl machbar sein. Dann bauen wir das größte Moppeti auf jeden Fall. Das machen wir. Ist der Plan. Ich mach die Türen auf, oder? Hab ich die aufgemacht. Scharfes Hühnchen. Ja, und dass er nicht richtig kühlt, ist klar. Aber... Stand da nicht, dass es so ein bisschen kühlt? Oder was soll das heißen? Klär mich auf. Ich mein, wir können natürlich auch noch... Vielleicht finden wir auch fixen Motor und nochmal drei Räder. Das müssen wir die Sache ja auch schon vereinfachen. Aber da sind auf jeden Fall Zombies drin. War zumindest gestern. Und hier war auch gar nichts. War gestern auch nicht. So, aber hier haben wir auf jeden Fall einen Amboss. American Eagle können wir hier machen. Yeah! Brauchen wir Metall-Ingot. Sehr schön. Oh, die können es ja noch durchzeppen. Oh, ne Pickaxe gibt es sogar. Cool. Arrowhead. Oh, guck mal. Zahnräder können wir auch craften. Okay. Gut. Also, das wird wohl einfach hier. Ich denke mal Scrap rein. Weiß ich, ob Holz geht. Feuerholz. Oder Kohle. Muss ich mal was ausprobieren. Kann ich leider nicht aufheben hier. Aber ich kann doch... Kann ich überhaupt einen Amboss machen? Also den kann ich nicht mitnehmen. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ja. Wart mal im Chor. Wart mal im Chor. Ne, kann man gar nicht. Okay. Gut, dann macht es ja auch keinen Sinn, sich selber eine Dinge ins Machen zu machen. Cool wäre gewesen, wenn wir das hier hätten einnehmen können. Ja, ich komme gleich. Ich mache dir keine Sorgen. Oh, Mann. Ernsthaft? Nice. Hast du gedroppt? Ja, komm her. Brauchst du dich da reingehen? Oh, da sind noch ein paar mehr drin, ne? Oh, da sind noch ein paar mehr drin, ne? Gleich komplett zerstört. Da wird auch keine Leiche liegen, gar nichts. Was ist los hier mit euch? Haben wir es jetzt, oder? Oh, hier ist so viel Zeug, ey. Wir haben schon keinen Platz. Oh nice. Was halt auch interessant wäre, ob die jetzt hier nochmal nachspawnen. Ich hatte halt so gestern so die Hoffnung, wenn ich das hier frei baller, dass dann vielleicht so ein Symbol kommt, dass wir es hier einnehmen könnten. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Bandage, das ist sauber. Unsere Wunde heilt eh nicht. Ich weiß nicht, selbst wenn ich die Bandage nehmen, hat es wohl auch nicht geheilt. Salz. Damit können wir auf jeden Fall Fleisch trocknen. Das sollten wir dann mal gleich mit ein bisschen Beerenfleisch vielleicht machen. Guck mal hier. Wo ist das Nafo? Okay. Okay. Hier kannst du so viele Küchen-Nuten. Kriegst du halt nicht mit, ey. Wo Munitionen, da können wir das Streichholzer, das ist auch gut. Oh, jetzt können wir doch Feuer machen. Alles lasse ich sogar hier. Wo wollen wir den Stopp nicht nehmen. Zucker. Zucker weiß ich auch noch nicht, wofür wir das brauchen werden. Lad erstmal nach hier. Damit wir sonst irgendwelche Überraschungen erwarten. Brecheisen müssen wir eh noch holen. Okay. 508 ist hier. Flaschen, weiß ich auch noch nicht. Oh, sehr schön. Eigentlich kann uns doch schon gar nichts mehr passieren jetzt, oder? Eben drei Waffen, mehr Mun. Da habe ich schon Schrott. Kartoffeln hier. Okay. Also immer Brecheisen mitnehmen. Ja, da kommen wir noch in den extra Raum. Da hinten kommen wir auch nicht rein ohne Brecheisen. Aber wir sind ja eh schon wieder voll. Problem ist halt, kann ich hier den Schrank mitnehmen? Junge, Junge. Aber einen großen brauche ich. Einen großen. Wahrscheinlich nur die komische Kommode da hinten. Hin hier wahrscheinlich, oder? Auch nicht. Kann man nur die locker mitnehmen, oder was? Kühlschrank? Oben waren wir ja auch noch gar nicht. Sollen wir vielleicht erstmal machen. Kommen wir auch nicht rein. Zocken können wir hier. Messer. Messer können wir mitnehmen. Können wir nicht eigentlich hier ein bisschen tricksen? Warte mal. Können wir doch. Gucken wir. Gucken wir mal die Munition hier alle rein. Gucken wir mal das Messer. Ein 100er Messer ist doch immer schön. Ich weiß halt auch nicht, vielleicht können wir das sogar einschmelzen, das Messer. In dem alten Dingens. Ja, die Bandage schittert erstmal die Blutung. Ich mein, so sind wir ja vollgeheilt. Aber es ist ja jetzt auch weg unsere Wunde. Manchmal geht sie halt weg, manchmal nicht irgendwie. Gut, hier geht nichts mehr weiter. Wir können natürlich von hier aus mal kurz da hoch, da war das Banditenlager. Gucken mal, ob da was nachgespawnt ist. Wenn nicht, nehmen wir da nochmal den Schrank mit. Da haben wir ja einen stehen lassen. Müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Ja, da ist ja, da war doch jetzt kein Schrank, oder? Welchen habe ich vergessen? Ich muss ja eh gleich nochmal hin. Wie gesagt, ich brauche ja ein Brecheisen wieder. Das scheint ja echt so zu sein, wenn du das gecleant hast, bleibt's clean. E-Contest, aha. Gut, wir können auf jeden Fall dann Feuer machen, denke ich. Dann können wir Fleisch braten. Oh, Bandage können wir auch am Mann haben. Ja, Mission nachkommen. So. Hat aber auch eine Reichweite, oder? Wird schon ein paar lange Arme, der Kerl. Ja, siehst du, das wollte ich ausprobieren. Nehme ich gleich mal ein bisschen mit. Ja, Scrap wäre ja nur einschmelzen können, das denke ich auch. Aber sie... Hallo? Was ist? Hast du keine Power mehr, oder was? Wir haben immer noch einen Bär da liegen, ne? Der ist doch bestimmt schon verfault, ey. Ja, hat so viel zu tun, Leute. So viel zu tun. Ja, der sollt sich auf den Bär stellen. Stell mal da hin. Was sagt er denn? 44 Prozent. Ich brauche halt so ein Trockenmoped da auch erstmal. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ja, was ich sagen wollte, wie gesagt, die Messer haben halt eine Haltbarkeit. Wenn sie kaputt sind, ich weiß nicht, vielleicht kann ich sie reparieren auf dem Amboss. Oder aber wir können sie vielleicht auch einschmelzen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. So. Wie gesagt, wir nehmen mal ein bisschen mit. Ah, jetzt müssen wir mal überlegen. Irgendwie konnte ich auch gestern hier... Ja, wir nehmen mal drei mit. Muss ja ein bisschen Feuerholz wahrscheinlich mitnehmen. Düp, düp, düp. Warte mal. Das können wir doch aber mal hier... Hatten wir noch nicht Salz? Hatten wir hier drin. Ah, und da muss sich das wahrscheinlich an das trockene Ding hängen, oder? Slim meat fermented with salt. It could be keep for a long time after drying. Ja, das ist klar. Aber bist du jetzt schon getrocknet oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Eatkins, oder? Mehr kann ich nicht machen. Nein. Super. Aus einem Stück Fleisch vier gemacht. Sau stark. Aber warte mal. Wir können ja auf jeden Fall hier das mal entsorgen. Und die Kartoffeln weiß ich auch nicht. Wir sind Fleischesser. Wir brauchen keine Kartoffeln. Aber wir können ja hier mal eben ein bisschen... Mal ein bisschen stecken eben. Das da hin. Das da. Heute brauchen... Müssten wir auch trocknen eigentlich. Ja. Essen trinken sie gut aus. Müssten wir auch mal an. Müssten wir auch mal mit. Müssten wir. Müsst. Müsst. Macht Sinn. Gut, nehmen wir mal Feuerholz mit, nehmen wir das Messer mit. Komm, dann nehmen die zwei auch noch mit. Pff, sehnt ihr nicht die auch noch. Sollen wir das mal eben ausprobieren? Hä, ist der leer? Guck mal, wir haben nur einen ganz leeren Schrank, ey. Und wie sieht's hier aber hin und her räumen? Nee, nee, nee. So, willst du da Äste haben oder willst du Blätter oder was willst du? Ja, genau. Hallo, wach werden. Nein, das sind nicht so viele Blätter. Ich muss mal eben aufs Messer wechseln, nicht, dass ich hier... Brecheisen, ja, du sagst es, ey. Das wäre doch wieder... Das wäre wieder Super-Go gewesen. Komm, zieh da schon mal da rein. Außerdem brauchen wir auch keine zwei Messer. So, wo hatte ich denn Blätter, ey? Hier hinten, ne? Chaos. Oh, da brauch ich schon gar nix, oder? Oh, da brauch ich schon gar nix, oder? Hm. Oder soll hier rein, was gebraten wird, oder was? Ich darf jetzt nicht. Komm. Im Bergmäher. Irgendwo wirst du ja was abbauen können, sonst könntest du ja keine Picke craften. Ja, musst du aufhängen. Ist noch ruhig. Ja, aber wo? Kann ja nur an dem alten Trocken-Ding da sein, was ich machen muss. Hast du auch vergessen, ne? Ja, genau so wie ich. Nein, ich erschieße meine Frau nicht. Ich habe hier. Ja, das ist natürlich eine Idee. Warte, wir gucken mal. Ja. Ne, das ist Leder. Warte mal, ich muss scrollen. Ne, jetzt. Gaskern. Gaskern, ja. Ja, Lockpick später mal. Boom. Küche, Kleidung, Licht. Wood, Wood. Lashing. Ne. Ich denke, ich werde hier so, also ich kenne es halt von der Long Dark, da brauchst du halt auch einen Zünder. Da hast du halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Du brauchst Holz. Und ja, was soll ich da reinpacken? Ey, haben wir irgendwie Alkohol hier, sowas, oder was? Ja, Penze, Bußgröner. Ah, Molotow, ja. Aber kann ja auch nicht Sinn sein, dass du da Zeug draufkippen musst. Komm, jetzt blicken die nochmal und machen mal, ob es dann irgendwas macht. Ne, er sagt ja 0%. 0% bringt mir ja nichts. Das macht keinen Sinn. Was ist mit dem Zeug hier? Kann ich nicht. Ne, das ist schon richtig hier, Starter. Wohl ist Holz, das ist auch logisch. Das geht nicht. Das geht nicht. Zwar noch planken, aber das ist, ja, planken ist ja auch sinnfrei eigentlich. Ändert sich auch nichts an der Prozente. Aber was ist denn, wenn ich die Äste reinpacke? Vielleicht kann man die einfacher anzünden mit den Streichhäuser. Ändert sich halt auch nichts. Ne, das macht schon mal keinen Sinn. Die Frage ist halt, ob ich bei der Schmiede auch was anzünden muss, ey. Ich nehme mal hier so ein paar Streichhäuser mit. Aber das werde ich wahrscheinlich für das gleiche Problem kriegen, dass ich keinen Zünder habe, ne? Kinderstern anzünden. Ja, da habe ich mir gedacht, so viel habe ich auch noch auf die Reihe gekriegt. Aber, ach Rinde, guck mal. Leute mit Ahnung, ey. Haben wir irgendwo was gehabt? Macht natürlich auch Sinn, ne? Hätte man auch drauf kommen können. Haben wir bestimmt das ins Auto gepackt, glaube ich. Düb, düb, düb. Da haben wir noch zwei. Okay, machen wir hier. Split mal die Hälfte. Split mal one. Sechzig Prozent. Okay, wenn ich zwei reinpacke, ändert sich nichts. Ich weiß ja nicht auf dem Boden, Junge. Das war klar. Das hat nichts für jeden bei 60 Prozent. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Rinde, Pistole haben wir auch noch rumliegen. Die scheiß Kartoffeln. Weißt du was, wir legen das mal auf den Boden. Ich glaube, das droppt eh nicht weg, oder? Hallo. Gehst du mal bitte mit deinem zarten Zehn Ohr. Der sind schon müde. Der ist immer müde, der Kerl. Was ist los mit ihm? Und kannst du mal die zwei nehmen? Ja, mach ich gleich mit Feuerholz. Pflanzenöl. Ja, ja. Ich sag ja, ist wie bei Salon Darker. Ist es genauso mit den ganzen Zundergedöns. Nur, dass du da dann glaube ich noch irgendwann einen Skill hast, der dich da noch besser macht. Ja, die Rinde. Ja, ja. Ist logisch auch. Ist eigentlich total logisch. Ne? Sollte man einfach mal Bergwills fragen, der hätte dir das schon erklärt. So, das Ding scheint aber hier Dauer unter Spannung zu stehen. Okay, dauert 30 Minuten. Hat das hier mit? Gibt Null. Ist ja auch geil. Okay. Vier Liter max. Aha. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es ist halt ziemlich teuer, wenn man es herstellen würde, ne? Ich meine, wir brauchen es. Wir haben ja welche. Aber es wäre interessant gewesen, ob man es reparieren kann. Ja, wenn es wahrscheinlich nicht ganz kaputt wäre, würden wir wahrscheinlich einen Ingrid rauskriegen, denke ich. Oder vielleicht wenn wir hier drei kaputte reinlegen, dass es eins gibt. Ich weiß es nicht. Da könnt ihr ja mal hier drin lassen, schon mal. Macht ja Sinn. Okay. Komm mal auf hier. Ne Workbench. Rund ein Kanister. Kann ich den nehmen? Ach, die kann ich move'n oder was? Super. Hauptsache ich habe eine hergestellt. Nice. Ein Motor. Oh, und Storage. 13% nur. Aber es könnte reichen, um mal kurz rumzucruisen. Es fehlen noch drei Reifen. Jut, das ist die normale Werkbank, ne? Ja, naja. Okay, wie wir an Kohle kommen, müssen wir dann auch schon mal durchs Campfire halt, ne? Guck mal, die Arme, wie sie spiegeln im Fenster. Hehehehe. Arme habe ich schon mal einen Körper, aber noch nicht, wie es aussieht. So. Hier unten war noch die hinten verschlossen. Das hatten wir gelootet, ne? Der macht auf das Ding. Okay. Oh, läuft. Guck. Okay, hier ist nichts mehr. Aber wieder zwei Sluts, ne? Läuft. Dann haben wir hier noch auch unser Leergut. Irgendwas war das doch gut, ey. Die habe ich doch gestern gesehen. Ich sage mal zur Werkbank noch mal hin. Ja, schade, wie gesagt, dass man das hier nicht einnehmen kann. Hier hätten wir halt schon alles gehabt. Düb, 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 düb. Hier, für Licht, oder was? Empty bottle. Na, super. Licht ist auch so. Ja, ich weiß nicht, ob die dann abgeschreckt werden, die Viecher, oder was? Ja, das ist mir klar, dass ich die hier auffüllen kann. Weil das mache ich doch nicht mit einer Flasche, die hier irgendwie 0,3 hat, oder was? Dann nehme ich doch einen Eimer. Verstehste? Muss ja noch für was anderes gut sein. Ich mache nicht so einen Lärm.